Suchmaschinen. Man tippt ein paar Worte ein und Bruchteil oder eine Sekunde später bekommt man Antworten. Machen wir das konkret. Sie tippen etwa ein Kurt und Melon in die Suchmaske von Google und eine halbe Sekunde später sagt Google, ich kenne 200.000 Seiten, die Kurt und Melon enthalten und die fünf wichtigsten sind zum einen seine Homepage, zum zweiten seine Seite bei der Max-Planck-Gesellschaft, zum dritten seine Seite mit einem Eintrag bei Wikipedia und zum vierten und fünften seine Einträge bei Literaturdatenbanken der Informatik, zum einen DBLP und zum anderen Google Scholar. Vier dieser fünf Seiten hätte ich auch genannt als die wichtigsten. Das heißt, es ist zum einen beeindruckend die Geschwindigkeit, mit der die Antwort kommt und zum anderen die Qualität der Antwort. Suchmaschinen haben aber auch ihre Grenzen. Wenn Sie die Suche erweitern zu Kurt, Melhorn, Ehefrau, dann bekommen Sie keine vernünftige Antwort. Wenn Sie sie gegen erweitern zu Kurt, Melhorn, Married to, dann kriegen Sie den Namen einer Frau. Jetzt werden Sie sagen, das ist doch beides die gleiche Frage. Stimmt, für Sie, weil Sie Textverständnis haben, aber nicht für heutige Suchmaschinen, weil die wenig oder kaum Textverständnis haben. Ich werde Ihnen zeigen, wie Suchmaschinen funktionieren und werde Ihnen auch einen Ausblick geben auf Suchmaschinen der Zukunft. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht.